leute es geht was geht was geht hey 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 was geht ab was cool bei euch hi philie was geht hey moin lorena was geht ab darlin hallo charlotte was geht leute was geht was geht was geht ich dachte immer ganzes live instagram ich war sehr so lange nicht mehr live emily was geht ab anna lena hi weil ich dachte ich gehe mal auf den sonntag live auf ganz entspannt aber noch mal wissen kurz ich habe mich gerade bisschen krass langweiler und ich dachte ich probiere es mal aus watching von philippines gas please ich glaube ich kann gar kein gast gerade machen hey hey weil ich habe einfach gerade den übelsten feld gehabt in meinem ganzen leben und zwar wollte ich gerade also ich musste gerade ein casting video drehen und ich habe auch das casting video gedreht und danach hatte keinen speicher mehr auf mein handy zum glück kommt bald mein neues handy an aber ist auch eigentlich total egal ich wollte auf jeden fall den drehen mein wieder hab ich fertig gedreht und da wollte ich meinen iphone speicher ein bisschen gerade so und lernen so auf ganz entspannt und was mache ich nicht schlecht aus versehen die videos die ich gerade aufgenommen habe war also apple hat mir gesagt hier sind so videos die sehr viel sehr viel speicher verbrauchen dann habe ich einfach flöschen gedrückt und dann habe ich genau die videos gelöscht die ich gerade aufgenommen habe jetzt muss ich gerade noch mal alles von vorne aufnehmen übelst nervig kannst du mich grüßen heiße lea lea was geht schönen grüße hey ich gucke gleich spotlight ach stimmt gleich spotlight um 19.30 stimmt stimmt Leute wer schaut jetzt alles gleich spotlight haut mal rein kann sich grüßen heiße emily emily schöne grüße schau grad spotlight läuft es heute läuft erst 19.30 oder oder lege ich da falsch oh mein gott hey maxi was geht danke so viel dass du ein abzeichen die gekauft hast vielen vielen dank so viel hat auf jeden fall hat sich ein abzeichen gegönnt hier bei meinem livestream entspannt flors geht größe was für eine größe wie groß ich bin ich bin 183 welches outfit trägst du gerade 11 poli ich habe heute eigentlich ein anderes outfit gehabt aber das habe ich komplett voll mit tomaten soße gemacht deswegen ging das nicht klar kannst du grüßen heißen mimi mimi schöne grüße an dich schöne grüße oha du hast es folge vorgelesen so viel na klar oha sophie hat einfach ein freshes abzeichen neben mir namen entspannt voll krass ich habe welche fragen okay aber ich kann die fragen nicht einblenden ich habe schaue fast zb auf netflix was ist zb was ist was zb auf netflix gibt es spotlight jetzt auf netflix gibt es wort der leute also falls ihr nichts zu tun habt oder nicht wissen was sie schauen wollt könnt ihr auf netflix spotlight schauen die vierte staffel die komplette vierte staffel ich habe übrigens auch auf angefangen auf netflix sport zu schauen ich muss ehrlich sagen ich habe noch nie alle folgen spotlight geschaut wo also von der vierten staffel und ja das holen wir aber gerade nach das holen wir nach kannst du amin romi grüßen schönen grüße an euch beiden amin romi schaut gerade spotlight leute schreibt schreibt mal rein hier wer schaut heute um 19.30 spotlight schreibt zum rein wie geht's wie geht's gut jenny wie geht's gut wie geht's dir sport ist cool na ist dankeschön das freut uns es geht wer mich ignoriert ich habe es nicht gesehen mir werden glaube ich nicht immer alle nachrichten angezeigt dass irgendwie wenn sie kaum so aber es geht alles gut mann hey jesse was geht bist der beste dankeschön okay leute ich werde gleich wieder offline gehen aber ich wollte ganz kurz live gehen weil ich gerade das ringlicht ja aufgebaut habe und gerade dieses video gedreht habe deswegen dachte ich gerade so wenn wenn das setup schon nice aussieht gerade dann gehe ich mal kurz hier auch live auf instagram auf ganz entspannt kurz ja aber ich gehe ich gehe übrigens ich gehe uns gleich live auf twitch also falls mir irgendwer auf twitch zuschauen will ich heißt auf twitch mike leon da geht es gleich live und schaue mir ein paar youtube videos an react ein bisschen auf youtube videos so viel kann ich mir eigentlich jetzt auch noch das ein abzeichen kaufen das für fünf euro also viel ich glaube schon klar auf jeden fall kommt heute ein stream nur heute auf twitch gibt es ein stream ja habt ihr auf ommel gesehen wollte ein bild machen lol leute ich habe letztens ich war letztens auf ommel und ich weiß nicht ob ihr ommel kennt das ist so eine seite da wird man random mit irgendwelchen leuten verbunden hey jesse dankeschön für das das abzeichen die geholt hast leute könnt ihr übrigens so ein abzeichen kaufen wie sophie gerade dann habe ich so ein herz hinter namen dankeschön dankeschön jesse vielen vielen dank auf jeden fall war ich bei opa und ich habe super viele leute von euch getroffen ist echt krass das war richtig lustig ich habe an den tag auch so ein tik tok gemacht ich habe es auch gepostet übrigens ich liebe spot light nice tim wann kommt jetzt meine karte müsste schon angekommen sein weil einse ist schon eine karte angekommen was bringt dieses abzeichen das ist neu bei instagram und das ist gerade sozusagen in der testphase ihr habt in den leistungen so ein herz hinter eurem namen und ja aber ich glaube da kommen noch einige sachen hinzu bei abzeichen mal gucken was die zukunft bringt kannst du mich grüßen bitte schön grüße schöne grüße ich schaue auf jeden fall spotlight nice jesse jesse warum hast du so viele abzeichen hinter den namen du hast du hast das abzeichen zwei gekauft oder autogrammkarte ich habe autogrammkarten kannst du vanessa und lena grüßen vanessa lena schönen grüße schönen grüße ok kannst du mich grüßen alle fragen ob ich sie grüßen kann leute schöne grüße an alle wenn kommt ein neues video von spot light auf mein instagram oder was also auf auf youtube meine ich auf dem youtube kanal kommen bald wieder neue videos leute da sind auf jeden fall neue videos geplant kannst du georg grüßen georg schöne grüße an mein number one member fan oha manny dank für den dass du ein abzeichen geholt hast und auch meda dankeschön dass du ein abzeichen geholt hast ich hoffe ich habe den namen richtig ausgesprochen vielen vielen dank an euch beiden wo haben man jetzt sogar ein abzeichen drei geholt dankeschön leute dass ihr euch abzeichen holt richtig ehrenvoll von euch alle die einen abzeichen haben schreibt mal ganz kurz hier rein in den chat georg beste leben wie alt bist du ich bin 19 wie alt seid ihr leute schreibt mir rein wie alt ihr seid falls ihr alles falls ihr bock habt müsst ihr natürlich nicht aber wäre auf jeden fall interessant auf netflix auf netflix könnt ihr spot light schauen money nice drei herzen sieht voll krass aus vielleicht kann man irgendwann abzeichen auch so mit eigenen logos machen ich glaube irgendwann geht es auch 13 seite ok jemand schreibt erst 13 was bringt das abzeichen tamara du hast sie im leisten so ein zeichen also so ein herz hinter der namen und ich sehe natürlich deine nachrichten auf jeden fall immer hier im chat im live stream wenn ich immer wenn die nachrichten angezeigt also die werden mir auch besser angezeigt deine nachrichten wenn du was rein schreibst 14 16 15 und mal gucken was die zukunft für abzeichen bringt also vielleicht kann man in zukunft auch bei instagram bildern wenn ihr bei mir kommentiert habt ihr das abzeichnen dann mal schauen sind gleich alt kannst mich grüßen heißt so so schön grüße schön grüße schön grüße an dich weil you don't answer in english because i have many german fans so i talk down wer alt bist du ich bin 19 25 11 14 herr voll krass voll gemischt auf jeden fall heftig kannst dich grüßen heißt alia alia schönen grüße an dich aber es nur ein teil auf netflix ja das stimmt das stimmt so 4 du heißt eigentlich so 4 ok dann hallo so 4 sorry was geht warum ignorierst du mich äh tamara ich habe jetzt erst deinen namen gerade gesehen ich habe jetzt erst denn also den kommentar gesehen wie gesagt manche kommentare werden mir nicht immer angezeigt sind mir so instagram zeigt hat nicht jedes jede nachricht direkt an kannst du mich grüßen heiße flo flo schöne grüße an dich mein lieber okay okay seit wieviel jahren spielst du bei spotlight das ist jetzt mein zweites jahr dass ich bei spotlight mit gespielt habe mit spieler okay ich gehe jetzt offline hier bei instagram aber dankeschön dass sie zugeschaut haben wenn ihr wollt kann ich morgen abend noch mal live zu machen so um 19 20 uhr falls ihr bock habt leid schreibt mir rein habt ihr bock dass ich öfters live gehe so ein kleiner mini live stream hier auf instagram immer wieder würde mich interessieren dass ob ihr darauf bock habt dann werde ich auf jeden fall öfters live gehen hier und an alle die bock haben mich jetzt noch weiterhin live zu sehen ich gehe jetzt live auf twitch twitch heiße ich mike leon also kommt jetzt gerne um so und 10 15 minuten gehe ich live also haut rein leute ich habe ich ganz lieb